Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und willkommen zu einer weiteren Runde Black... ja... doch... Black Meshire, ja. Keine Ahnung, was ich gerade im Kopf hatte. Das war eben was anderes, aber mit Black hat auch angefangen. Ich weiß auch nicht mehr, was ich im Kopf hatte. Ah! Auf jeden Fall. Wir haben hier die Secure Access Tür und sie ist rot. Und wir gucken jetzt mal, wie ich die Tür aufkriege. Ich hoffe mal, es ist das mit diesem Schalter. Wow! Meine Güte, hat mich das Scheiß hier erschreckt. Ah, klar. Kommt nur her. Was soll man da sein? Noch einer! Ich hab keinen Bock auf den Scheiß. So. Nicht so schnell, wir wollen ja unseren Leuten hier was bieten, ne? Okay, wir werden auch schnell. Das ist eine große Kurve. Eine lange Kurve. Wir fahren jetzt einfach langsam mal rein. Es geht automatisch rein. Es ist ja doll. Oh Gott, jetzt werden wir damit gleich geschreddert. Oh Gott! This way, bullshit, this way. Mein Gott, das ist ja eine fiese Falle. Richtig fiese Falle. Hab die echt gar nicht bekommen. Ich bin gleich tot. Aber da hätte ich jetzt die Pistole gehabt. Ich hätte so verkackt. Ich wär jetzt tot. Ich wär jetzt... Oh Mist. Wo sind die Teile? Ich Idiot. Ich bin von der Konsole gleich weg. Also von der... Von der Gaststeuereinheit, von dem Ding. Nein! Stopp! Ich hätte Sachen mitnehmen sollen. Wo ist der... Fuck Laser? Hier sind ein paar Lebenspunkte mehr. Boah, aber ich steck doch... Wie hab ich doch vorbereitet, Ben. Und wo war hier davon jetzt der Laser dafür? Wo war der jetzt? Ich weiß es nicht. Was ist die Granate da hin? Scheiße. Ich wär gern wieder runter. Ach. Trotz... Trotz ihm gereicht. Stopp! Nein! Stopp! Ach. Vielleicht brauch das hier. Ja, na, na. Oh, ein Hangstree ist andauernd. Oh, verdammt. Aber echt, wer das hier so eingestellt hat, der war echt ein Arschloch. Hilfe, ich häng' fest. Ah, ich komm... Oh Gott. Ich dachte, jetzt ist es aus. Hier sind auch die Lebenspunkte. Hier sind ja diese Lebenspäckchen. Also... Medi-Kids. Wo war ein... Sind die in die Tasche höher? Ja, nee. Hä? I am so confused. Ich weiß gar nicht mehr, wo immer unten ist. Oder war das... Hier das? Hä? Du hast schon die Medi-Kids gesehen. Oh, oder waren die auch nur Illusion? Nee, die sind hier. Boah. Ammo, Ammo, Ammo. Boah, Granaten, drei Stück für mein Prachtgewehr hier. Okay. So. Decks Laser. Wum kaputt. Also deren Wum nicht mal. Meine steht noch. Ha, ha, steht noch. Nee. Ha, ha. Sau komisch. Schlag mich schlapp. Ha, 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 ha. Oh, das waren die Daten. Mein Gott. Das hab ich ja... Diese Waffe... Diese Laser. Also als ich nach oben geguckt hab, das ist das Rote. Ich dachte mir, was ist das für eine Deko? Und dann irgendwann dachte ich mir, ach ja, warte, was ist vorhin das Baller-Ding? Das sind Laser. Das sind Laser. Und dann... Damit das Laden übersprungen wird. Bitte. Ich hab aus Versehen geschossen. Also ich war dann einfach mal die linke Mausasse gedrückt. Und hab festgestellt, dass dann... Das so nix führt. Und ich hab gesehen... Ich hab den roten Laser hier gesehen. Frag mich jetzt, wo die die Wurmen wieder hingestellt haben. Was natürlich jetzt strategisch früher gewesen wäre, wären wieder hier oder hinter so einer... Euro-Palette, weil da vermutest du es nicht direkt, weil hier ist es noch sehr nah. Allerdings, was auch wieder zaktisch ganz klug ist, ist, dass die hier steht. Du hast einen sehr langen Feuerweg auf das... Auf das hier. Moment, mal keine Pause. So, dann bin ich wieder. Was natürlich strategisch... So, ich warte, ich bin wieder zurück. Was natürlich strategisch klüger ist, weil du natürlich von hier aus nach deiner ziemlich hohe Reichweite hast. Jetzt bringt dir das auch nix mehr, ha? Ja, I gonna wipe this shit out of you. Scheiß-Teil. Ernsthaft, das ist so'n großer Bullshit. Haben wir auch noch so'n... Oh, da sind richtige Menschen. Die Idee. Lol. So, und jetzt geh schnell in meinen Wagen rein. Und fahr' mit voller Kraft voraus. Moment, ich muss grad pausieren, weil ich gerufen wurde. Moment. So, Leute, und das war jetzt hoffentlich meine letzte Unterbrechung für diesen Part. Ah, und voller Kraft voraus. Ich hätt' aber mit rechts klicken können, da hätt' ich immer beides auf einmal und das wär' auch taktisch klüger gewesen. So, und jetzt... Granaten. Ich kann mich doch mehr mitnehmen. Oh, Gott. Oh, das ist Blut. Ich glaube, wofür die hier Feldbetten mitgebracht haben. Wollen hier übernachten? Wir fliehen nicht mit diesen Monstern. Nee. Die Freiwillige... What the... Hey, I'm kidding me! I gonna... Warum soll ich sterben? Warum soll ich sterben? Die Freiwillige... Wer will... Hallo, niemand wünscht einem den Tod. Abgesehen von euch. Fuck. Mist. Nein! Lüftung! Drohre! Ah! Ui! Iiii! Kiste! Auf dem Weg! Ich hab' gedacht, da wär' praktisches drin. Ich muss wieder Granaten holen. Ich hab' die Granaten verschwendet. Naja, okay, doch hab' ich. Ähm... Ja, weil hier so viel natürlich rumliegen. Oh, Landminen. Mein Gott, was willst du mit Landminen? Ich stelle dir keinem in der Falle, so. Bringt nämlich eh nichts. Schon muss eh wieder Schrottflinter da jetzt rein. Hö, 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 Schrottflinter. Kann ich nicht durch, oder? Nope. Ähm... Ist auch nix zu holen. Okay. Check in. Ähm... Was da was? Ja. 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 Es ist so, dass die Trämpfer sich um dich zu verabschieden. Better clear your dance card, Slick. Du bleibst hier, ich werde diese ... ... äh ... Oh! Nein! Nein! Ei! Ai, 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 ai! Mein Gott, wann verfolgt ihr mich? Ich war im Rückzug. Inbegriffen. Aber danke für all die Muni und die Lebenspunkte. Jetzt gibt's gleich ein Kissen fest hier wieder. Ohne irgendwelchen Hals. Doch, da war was drin. Mein Gott, da war was drin, Leute. Schon lange kein Kissen mehr, da war was drin. Die ist leer. Ha, kannst mich mal. Ich will dran ziehen. Wahrscheinlich nichts mehr drin. Lifting made safe and easy. Okay, wo ist der Typ, der sich verparakadiert hat? Wow! Scharfschätze. Ich würde mal sagen, das war ausgezeichnete Arbeit. Ja, wir könnten eine bessere Chance haben, wenn wir zusammenarbeiten. Jupp. Schotti. Ich stelle dir jetzt Schotti wegen der Schrundflinze. Decke mich. Aber schieß mir nicht in den Rücken, das wäre schmerzhaft. Für dich und für mich. Aha, Rocket Engine. Ey, Dude, where are you? Dude. Schotti, ich meine das nicht so ernst mit Schotti. Oh Gott, da bist du. Schotti, da bist du. Okay, let's, let's fetz. Wie Strategie zu pflegen sagt. Wow, 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 wow. Ja. Ihr habt Schotti getötet. Ihr Schweine. Ihr Schweine. Ich lasse Schotti jetzt da hinten und mache das alles alleine. Ihr Idiot. Gott, ey. Der hat mir das Leben gerettet, dadurch, dass er gesagt hat, dass da was ist. Oh nein, ich stand natürlich nicht wirklich wieder hier, oder? Ihr seid scheiße. Ja, macht ihr das, ich lasse euch jetzt. Gone. Ich hab was gesprengt. Ich hab was gesprengt. Woops. So, next. Ah. gegen kopfschuss schon wird das und spinnt besser ist euer sand sagt jetzt lässt sich sniper in action gar das ist auch herausgefetzt ich hoffe es ist aber nicht so ich lass schon jetzt da drin erst mal nachdem in zeit was da ist das denn da ist nix drin gar nicht da soll ich das jetzt hinten natürlich nicht nötig hat natürlich kein er denkt so ohne zu fressen durch die gegend dort da ist nix drin das schotty das genau ist der mit dem mann das rolle us-preis-party klinik der skarzt das ist hier ist nichts persönlich Ich kenne deine Zukunft. Uuuuh. Ja. Ups. Falsche Party. Also für euch war es die falsche Party. Für mich war es gerade genau richtig. Fuck. Ich hoffe ich habe die ins Auge geballert. Ach, so geht's ja. Ui. Das wollte ich nicht wirklich eins das machen. Genau. Was hast du da gemacht? Fliegt der da so rum? Yup! Und sie ist jetzt so viel Muni. Und hier waren auch so viele Soldaten. Alle haben sie ihr Leben gelassen. First Aid! Dann gucken wir jetzt gleich, wie das mal Schott hier rausholen. Schott, der lebt noch. Ich hoffe, ihr den nicht gefunden. Das wäre tragisch. Bin die... Mein neuer Best Friend, Schottie. Roger, let's run like hell. Yup, komm. Let's run like hell. Ich hab dir grad die Zukunft gerettet, sozusagen. Indem ich die killed habe. Weil, im vorherigen... In der vorherigen Aufnahme bist du gestorben. Wenn du dich jetzt fragst, Schottie, was für ne Aufnahme? Dann frag lieber nicht. Denn das würdest du echt nicht verstehen. Ich versteh's manchmal aber dann auch. Ich würd's auch nicht verstehen, also. Wenn jetzt mein Lebensritter von ne Aufnahme spricht. Statt davon, wie ernst die Lage doch ist. Aber da könnte auch dein bester Kumpel dann... ...n Reporter sein. Ne? Niemals außer Acht lassen, diese... ...Possibility. Mann. Ich muss das hier erledigen. Ja, du, da war mal stehen, weil ich muss das hier erledigen. Das ist... ...so gefährlich. Ich fühle viel besser, wenn du es aufgeladen. Oh Gott, du aufgeladen. Ich guck gerade. Da hättest du wohl gern. Okay, das war's letzte. Das war's letzte. Komm. Alright, let's move. Ja, let's move. Let's move. Let's move. One like hell. Eins, zwei... An der Decke ist nichts mehr. Komm. Ah, Schotty, das tut so gut. Glaubst du mir, das stimmt nicht, aber das tut... ...bestimmt so gut für den Anzug. Und Schotty, das will ich auch mal probieren. Ah. Eine Kartusche davon und du fühlst dich wie im siebten Himmel. So. Also, dir geht's dann echt besser. Alright, ich halte diesen Platz. Danke. Wo? Ah. Selber Schuld. Jetzt wirst du da geben, wie man sich das überlegt. Und das strahlt jetzt so schön. Ah. Grün. Radioaktivität und so. Uh. Uh. Da opent sich something. I got you back. Komm mal. Something opent. Hier ist nichts. Ja, komm, wir gehen wieder. Wir müssen da runter. komm 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 komm. Wir wollen es wie hell. Schotty, wir wollen es wie Hell. Schotty. 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 Ah, komm mit! Roger, das. Dann kommen wir da nicht stehen. Dann kommen. Der Boden nimmt sich fies an, oder, Schotty? Sag nichts, ich weiß schon, wie du denkst. Ähm, wie komm ich jetzt da rein? Oh, da rüber. Guck mal, wo wir jetzt sind. Schotty, wir sind super. Was wir zusammen alles schaffen, wa? Schotty! Du bist der Boss. Ich behalte den Pferd. Nein! Ja, lass uns gehen. Ja, lass uns gehen. Komm mal. Just jump down. Du wirst das überleben. Ähm. Ich werde dir sch***. Ey, could. Wo ist er hin? Okay. Check in. Ah! Stammt! Es geht wieder im Kreis, werde wieder angeschossen und falle runter. Wo ist er da oben? Das wäre zu lustig. Tja, wie ich schon gesagt, das wäre zu lustig. Einfach nur zu blöd von dem. Ernsthaft. Einfach nur zu blöd. So, wo ist der nächste Leiter? Letter? Letter? Ja, ja, ja. Englisch für For One Ways. Englisch für Fortgeschrittene. What? Neutralize Freeman! Where the fuck are you? Echt not funny. Aha! Warte. Oi. Was tue ich da? Sir, ich höre etwas. Meintest du das? Das habe ich doch gehört. Oh Gott. Also sagen wir es mal so, das Militär hatte das hier unter Kontrolle. Jetzt habe ich das unter Kontrolle. Und die muss schon da irgendwo reinstecken gleich. Die Sun Raider. Die liegen bestimmt nicht auf Spaß hier rum. Toll, ich muss die Beine, ich muss alle entlocken, ne? Ja, scheiße. We got shit here. Ja. Der Ausdruck bekommt bei mir gerade eine neue Dimension. Ich wüsste, wo ich wieder hin muss. Ich muss, äh, ich muss, ich muss, ich lasse mal wieder alles auf. Denn ich muss runter. Aber ich sage für ihr alles sicher. Und ich kann das in Ruhe machen. Schauti, warum kommst du nicht? Ach ja, Muni, stimmt. So. Step one. Der liegt da ganz da unten. Der ist mal egal. Ich glaube, der wird verbrennen. So, was so Turbinen an sich haben, wenn sie organisches Material an sich haben und dann wird sie mit werden. Der Hut. Ne, die Pylone. Boah, ihr wisst schon. Der Hut, wie kommt der Hut? Furchtbar. Ich will nicht wissen, was uns zu dieser Tür ist. Dabei hört sich groß an. Und Furcht, wow, Furcht einflößen. Starte die Rakete, mein Freund. Fliege dem Himmel entgegen. Ich glaube nur hochgefahren, die muss das nicht fliegen, oder? Ich wünsche Schauti mir hier, um das zu sehen. Ich vermisse ihn. Und jetzt. Ui. Merken, da ist was leckeres, das Energie. Also Strom, in dem Sinne Energie. Und jetzt feiere. Ja, walk it ready. Wie feuere ich das Scheißteil ab? Ach egal, weiter geht's. Ich dachte mir, hier ist irgendwie was von wegen Part beenden, oder so, aber scheiß drauf, oder? Mein Gott. Länger nicht mehr hochgeladen, und dann jetzt mach ich das hier. ein mieses Gefühl. Weil die ganze Zeit im Pum, 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 höre, höre. Und das gefällt mir gar nicht. Ach, fahren wir doch schneller, das kann ja nicht schaden. Denn es laden jetzt die Daten, und damit wurde gerade mein rasanter Vorstoß blockiert, gebremst, und solange die laden, pausier ich, okay? Bis nachher. Und damit sind wir wieder, das Laden hat aufgehört, und es hat gleich geruckelt, aber mit Vollspeed in die Bremse, und jetzt gleich wird's spannend, ist da jemand? Weil wenn ja, ist er gleich tot, ist es ein Kaktus. Ein kleiner grüner Kaktus. Woher wusste ich das? Da hab ich das geraten, die Richtung, und so. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Squad I got someone Ich vergeile damit gerade nur den C-1 Oioioioi da ist hier jemand Wieder mit dem G Das war gar nicht gut Wo kommt das jetzt her First Aid, jawohl In der Kiste? Nö, da war nix Ähm, auch hier Huhu Ihr seid Also ich hab bis jetzt nicht viel in die KI gehabt aber die hier waren ja wohl die dümmsten oder? Obwohl wir wollen jetzt niemanden diskriminieren, dafür können die Soldaten dann nichts Ich meine, die haben die KI nicht ausgesucht Die haben sich ihre eigene KI nicht ausgesucht Tja, da kann man nix machen Ihr seid tot Dead Ihr seid tot, hier ist radioaktiver Müll und hier geht's auch nicht weiter Ah, was jetzt? Mein Wagen ist kaputt Er brennt Ich glaub nicht, dass der noch weiterfahren kann Ja Nach der scheiß Rakete Hm What happens now? Gucken wir mal Ein bisschen noch Ähm Bevor ich gleich ein neues Projekt beginne Ach, hier ist ne Tür Japp, es geht durch Zwei Türen sind offen Äh Zwei Zwei Türen sind offen Zwei Typen sind jetzt tot Die Waffe ist sau geil, sau überpowert Aber Sau wenig Munition Aber das ist vielleicht der Ausgleich, weißt du? So, Medikett verschwenden Oah, ich bin ganz trofft im Kopf Nach dem Motto Was ist das? You died Ich leb noch munter weiter Und lade hier meine Waffe nach Kommt gleich durch die Tür was retten Richtig mieses Gefühl Oh Gott ich will es gar nicht wissen Oi Oh gut getroffen Okay natürlich ist es für dich scheiße Aber für mich ist es ein Erfolgserlebnis Ein gewisses Kleines Erfolgserlebnis Was ist denn das? Control Room Ach ach so Ich hab ein richtiges Ein richtig mieses Gefühl Was ich überall so bei diesen schweren Schritten höre Wisst ihr Das ist richtig mies 5% Oi What's this Ach so kommen wir nicht ran Okay schade Hätte ja klappen können Ich frag mich jetzt was ich hier machen soll Ich hör zwar Schritte und die sind Gruselig also Das hätte bestimmt auch Ich hoffe es Aber ich werde trotzdem kein anderes machen soll Oh Das war so klar Das war so klar Ich denke mal du bist tot Oh Gott das Lambda Team war das auch oder Ab jetzt nicht sind alle tot Das wäre jetzt furchtbar Ich vermute die sind alle tot Oh Energie Das ist gut Ja dass die tot sind ist schlecht Ich hab gehofft die leben nämlich Ich hab nämlich gehofft die leben noch Aber Hier sind wohl alle tot Oi Aus Versehen aufgedrückt Satelliten 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 Ich verstehe ich auch Ich versuche nicht das Satelliten 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 Offline Das Ding startet einfach an Einfach so Serious Ist das hier sicher die satelliten offline sind wie eigentlich die rakete ziellos herum oder ich bin jetzt nicht der raketenforscher aber was aber ein satellit ist doch eigentlich necessary was passiert jetzt away status launched heißt 50 1 30 portal away was ich weiß nicht was die was nehmen wir wollen er auch verzieht sich nachher er aber ich kann hier jetzt weiter oh gott leute das ist wieder so spannend ich glaube ich beende hier auf der fähre jetzt mit dem partner ist einiges geschehen und ich würde euch auch nicht so lange damit langweilen ja also ich weiß nachdem ist einige projekte noch geplant allerdings sollte man sich schon die zeit nehmen es in gewissen abständen zu machen ja ok leute dank fürs zuschauen da wird gerade eine rakete in den Himmel geschaffen ist das nicht cool naja leute dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal und in diesem sinne tschüss bis zum nächsten mal